Ja, hi, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Die 1.41 ist da und ich hatte ja die Befügtung, dass viele der alten Mods nicht mehr funktionieren. Der SK funktionierte auch nicht. Und dann dachte ich mir, probierst du mal den alten Trick. Einfach in die Manifest reingehen, von 1.40 auf 1.41 ändern und die Kiste läuft wieder. Und es gibt ja noch mehr gute Nachrichten. Hier mein Lieblingsauflieger, da fahre ich ja oft mit, mit diesem Automaniax. Funktioniert auch. Vollis Interieur hier hinten, konnte man auch reinbringen. Mr. German's Truck Wimpe gedöhnt. Das sieht man jetzt tagsüber nicht, auf jeden Fall. Ich habe es getestet. Interieurlicht, alles was ich auch eingebaut hatte, funktioniert auf jeden Fall. Da bin ich jetzt echt beruhigt. Und das ist auch nicht der einzige Laster, der läuft. Bei dem DAS 2.41 reicht es auch, die Manifest zu ändern. Ich zeige euch das auch näher noch eben, wie es geht, für die Leute, die es nicht wissen. Und der Roman Diesel läuft ganz ohne Probleme, muss man nichts dran ändern. Und der Magirus D, das hat mich jetzt ganz stark gewundert, läuft auch ganz normal, wie auf der 1.41 auch. Ich habe da keine Fehler entdeckt, dass da irgendwas im Argen ist. Ja, und ich hatte mich wirklich so gegen die 1.41 angesehen. Update hat er automatisch runtergeladen, da habe ich gesagt, komm, guckst du nochmal. Ja, und ganz so schlimm scheint es dann jetzt doch nicht geworden zu sein. Weil letztens bei der experimentellen Beta, ja, da wirkte das alles ein bisschen anders auf mich. Company Add-on Mod funktioniert, also dass die Speditionshöfe voll sind. Dann Rasthof habe ich geguckt, dieses Struckstop Add-on. Funktioniert auch, ja, und das sind schon mal einige der wichtigen Dinge. Und dann gucken wir mal. Ich habe es jetzt wirklich auch nur auf das Schnelle nachgesehen, eben geändert. Und dann ausprobiert. So, und dann zeige ich euch nochmal eben, wie das funktioniert mit der Manifest. Dann könnt ihr diesen auf jeden Fall erstmal ohne Probleme weiter nutzen. Obwohl ich jetzt von überzeugt bin, XPS wird bestimmt bald, wenn jetzt die 1.41 raus ist, den Mercedes auch aktualisieren. Ja, das ist erstmal, wie gesagt, beruhigend für mich. Bin ich auch erleichtert. Und dann sehen wir uns gleich nochmal wieder. So, da sehen wir wieder. Ihr öffnet Dokumente, Euro Truck Simulator Mod, und dann geht ihr auf Mercedes SK, öffnet hier unten die Manifest. Da wird bei euch kompatibel Version 1.40 stehen. Da macht ihr dann einfach einmal markieren, kopieren, dann hier einfügen, macht aus der 0, na 1, speichert das. Und dann habt ihr das da so stehen wie ich. Und dann geht einmal hier auf Datei speichern, dann schreibt ihr euch im Archiv erneuern, macht ihr auf Ja. Und das war's schon. Und wie gesagt, bei dem DAF 2.1.40 funktioniert das genauso. Hier nochmal, da haben wir den, da habe ich es auch schon geändert. Auf 1.1.40. Vorher zeigte der mir auch inkompatibel an, im Mod-Ordner. Genau, und das war's schon. Ich weiß gar nicht, ob ich es eben erwähnt habe, der Virtual Speditor funktioniert auch. Ja, das sind auf jeden Fall schon mal einige Sachen, und den Rest muss man nach und nach sehen. Das wollte ich euch nur schon mal eben erzählen. Danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, ich konnte euch helfen. Bis bald. Tschüss. Tschüss.